Israel setzt auf Laserabwehr günstige Ergänzung zum Ein-Dome, der Ein-Beam ist eine kostengünstige Ergänzung zum Ein-Dome und soll die Verteidigungsfähigkeit Israels weiter stärken. Das lasergestützte Abwehrsystem bietet eine effektive Möglichkeit, Luftangriffe abzuwehren und ist dabei wesentlich günstiger als konventionelle Abwehrsysteme. Mit dem Ein-Beam kann Israel seine Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen und sich noch effektiver gegen Bedrohungen aus der Luft schützen. Das System wird voraussichtlich innerhalb eines Jahres einsatzbereit sein und damit eine wichtige Ergänzung zum bereits erfolgreichen Ein-Dome darstellen. Die Investition in das lasergestützte Abwehrsystem zeigt, dass Israel weiterhin in die Sicherheit des Landes investiert und sich aktiv gegen Bedrohungen verteidigt. Mit dem Ein-Beam wird das Land in der Lage sein, sich noch effektiver zu verteidigen und seine Bürger vor potenziellen Angriffen zu schützen.